Wasser. Genau, hier hat er gewohnt, als er in seiner Familie. Aber wie gesagt, echt abgelegen. Du hast echt nichts zu suchen, wenn du nicht hier wohnst oder jemanden besuchst. So, Ziel erreicht für heute. Perfekt. Das Laub steht an der Seite bereit zum Abholen. Ja, ich bin kein Heinz-Erhard-Fan, aber schon mal interessant, dass man mal hier war.